Willkommen zu künftiger Krypto Rentner zum heutigen Video. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, was geht bei FTX vor, sind sie insolvent? Viel Spaß beim Schauen. Die Kryptobörse FTX dürfte dir bereits bekannt sein. Falls nicht, das Ganze ist ganz normal wie Binance und Co. eine Börse, wo du ganz normal Kryptowährungen kaufen, halten und natürlich wieder verkaufen kannst. Sie haben auch die hauseigene Münze, diese nennt sich FTT und viele Leute nutzen natürlich diese Börse. Jetzt gibt es aber aktuell Gerüchte, dass FTX hier insolvent sein könnte. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal genauer an und analysieren diese Gerüchte. Ganz wichtig, es gibt aktuell noch nichts Handfestes. Wir müssen mit dem arbeiten, was es gibt. Die News ist wirklich frisch und selbstverständlich ist das Video keine Anlageberatung und auch keine Anmeldeberatung. Du handelst immer auf dein eigenes Risiko. Wir schauen jetzt mal die ganzen Gerüchte durch und am Ende gibt es selbstverständlich ein Fazit von mir. Das Video nehme ich jetzt hier am Sonntagabend auf und da gibt es einen Artikel von Bitcoin Kurier und zwar FTX Gerüchte um Insolvenz. FTT, also die hauseigene Münze erleidet in Anführungszeichen einen Kurseinbruch von 10%. Es gibt jetzt hier mehrere Spekulationen, aber noch nichts Handfestes. Das Einzige, was man hingehen kann und ein bisschen was dagegen sagen kann, ist das Geschäftsmodell. Aber das soll unbegründet sein und dann angesichts der Krise um Celsius und 3 AC. Meiner Meinung nach ist das aktuell alles nur warme Luft, denn das alles sind auch nur Gerüchte. Wir haben hier noch nichts Handfestes. Was wir aber haben und da müssen wir auf Twitter mal drüber schauen, ist ein Posting oder mehrere Posting von dem CEO, um genau zu sein. Und zwar fangen wir so ein bisschen chronologisch an. Das erste Posting, was sozusagen in die Richtung ging, war von Whale Alert am 5. November. Und zwar geht es darum, dass hier knapp 23 Millionen Münzen, also FTTs, zu Binance geflossen sind. Der Wert ist hier fast 600 Millionen Dollar. Und jetzt vor 37 Minuten, also wenn du das Video siehst, gestern wurde das Ganze bestätigt. Ja, die haben eben sich diese Münzen auszahlen lassen. Das Ganze geht aus einer Kooperation, die sie letztes Jahr scheinbar beendet haben. Die Münzen waren auch nicht gelockt. Das können wir alles hier den weiteren News rausnehmen. Insgesamt war der Wert 2,1 Billionen. Das haben sie in Geld, in BUSD und in FTT gehabt oder erhalten. Und jetzt möchten sie langsam die FTT-Münzen verkaufen. Er gibt aber hier an, dass er hier das Unternehmen nicht schlecht machen möchte. Er möchte auch nicht, dass FTT hier einen Kurseinbruch oder ähnliches erleidet. Und verkauft diese Münzen deswegen nicht auf einmal, sondern über mehrere Monate verteilt. Und aufgrund dieser Aussage müssen wir einfach mal schauen, warum passiert das Ganze. Also wenn er sagt, wir möchten niemanden schaden und wir finden es auch wichtig, dass es auch der Konkurrenz gut geht. Denn wenn die Konkurrenz ausstirbt, leiden auch sie darunter, weil zum Beispiel das Vertrauen in die ganzen Wallets und Börsen verloren geht. Also er sagt schon sehr wichtige Punkte. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich fraglich, warum sie jetzt alles sich auszahlen lassen haben. Warum sie jetzt vieles doch verkaufen, dass es hier einen Dip von 10% gibt. Und natürlich auch, warum sie die Kooperation beendet haben. Und hier vor drei Stunden bestätigt er auch noch, ja wir haben die lange gehalten und wir verkaufen diese jetzt. Warum haben sie die lange gehalten und jetzt stoßen sie die ab, jetzt wo es auch die Gerüchte um die Insolvenz geht. Es kann also sein, dass Binance hier Insider-Informationen hat, was natürlich nicht ganz abwegig ist, wenn sie hier zusammen kooperiert haben. Deswegen müssen wir einfach mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Sie geben jetzt an, sie wollen es über mehrere Monate verkaufen, also dürfte es eigentlich jetzt nicht zu erwarten sein, dass morgen der Kurs stark crasht, weil sonst würden sie alles verkaufen. Das müssen wir aber natürlich auch im Auge behalten, weil das eine ist, was die sagen und das andere ist, was sie machen. Dementsprechend, falls du bei FTX investiert bist, falls du FTT Münzen hältst, musst halt jetzt einfach für dich entscheiden, in welche Richtung möchtest du gehen. Erst einmal heißt es natürlich, einen kühlen Kopf bewahren, nicht gleich in Panik geraten. Was du dir aber überlegen solltest, ist definitiv, wenn du größere Summen dort drauf liegen hast, diese vielleicht auf eine Cold Wallet zu verschieben. Es empfiehlt sich generell, egal ob die Börse jetzt hier irgendwelche Gerüchte hat oder nicht. Wenn du nur kleine Beträge hast und der Verlust dir eigentlich egal ist, dann lass es, wie es ist. Wenn du in FTT Münzen investiert bist, dann hast du hier jetzt definitiv ein bisschen Kopfschmerzen und musst entscheiden, okay, nimmst du den Kursverlust vielleicht hin, weil du teurer gekauft hast und verkaufst die jetzt, bevor du auf dem Trocknen sitzt, oder glaubst an das Unternehmen und sagst, nö, ich sitze das Ganze aus. So viel bis jetzt. Falls jetzt bis zum Erscheinen des Videos irgendwas Neues noch auftaucht, ergänze ich das Ganze oder ich schreibe das Ganze einfach nochmal unten in die Kommentare mit rein und pinne es oben an, beziehungsweise verlinke ich das Ganze, den Artikel von gestern verlinke ich natürlich auch dazu. Jetzt kommen wir natürlich abschließend noch zu meinem kleinen Fazit. Ich persönlich finde das Ganze doch sehr fraglich. Einerseits widerspricht sich hier der Gründer von Dinance, denn er sagt, wir hatten eine Kooperation, die ist jetzt beendet. Wir haben uns die Münzen auszahlen lassen und verkaufen diese langsam. Und da ist halt die Frage, warum verkaufen sie diese langsam? Sie bieten sie selber auf ihrer Börse an, sprich, sie hätten sie auch halten können, um einfach liquide sein zu können. Auf der anderen Seite geben sie eben an, sie wollen nicht alles auf einmal verkaufen, weil sie niemanden schaden wollen. Da müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Finde ich wirklich schwierig. Ich bin an der Stelle wirklich froh, dass ich nicht in FTX investiert bin, obwohl ich mir das Ganze natürlich überlegt habe, weil es mehr oder weniger eine schöne Sache war, denn allein die Kooperation mit Binance zeigt eigentlich immer so ein bisschen Vertrauenswürdigkeit. An der Stelle müssen wir einfach abwarten und schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich hoffe, das kleine Video hat dir gefallen und geholfen. Deine Meinung dazu selbstverständlich in die Kommentare und dann sehen wir uns spätestens morgen zum nächsten Video zu künftiger Krypto-Rentner. Ja, ich bin an addict. Oh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rats in the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last.